so hallo zu unserem neuen video heute melden wir uns mal direkt aus dem wohnwagen weil es eine spontane änderung gab eigentlich wollten wir eigentlich wollten wir heute den zweiten teil von dem video letzter woche zeigen mit dem waldbrand nachdem aber jetzt ostern ist und wir gestern abend am karfreitag hier im dorf die möglichkeit hatten das ist immer hier also ostern vor allem der karfreitag muss in spanien wohl ein ganz ganz besonderer feiertag sein wohl angeblich einer der höchsten feiertage haben wir uns sagen dass nie in spanien und das soll das immer ganz schöne aufführungen geben und so weiter die sollen das ganz traditionell christlich und so weiter auch feiern vor allem auch den karfreitag und dort hatten wir die möglichkeit gestern hier im dorf alkala des divers auch mit zuzuschauen wie die spanierer zu feiern und es war sehr interessant wir haben ein bisschen was auf wir wollten ursprünglich wollten wir es als kompletten beitrag nehmen bloß diese aufführung das ging zwei stunden wir wollen euch jetzt hier nicht zwei stunden lang mit ostern oder christlichen sachen oder sonst irgendwas hier belagern wir sind selber so nicht so die menschen die wo oder so krass dahinter sind aber es war wirklich schön anzuschauen es war interessant anzuschauen wir haben gesagt wir bringen den beitrag darüber ob den ein oder anderen markt vielleicht interessieren wie machen dass die spanier ist war wirklich cool gemacht wir werden nur ein paar schnipsel draus bringen dass ein paar ausschnitte draus bringen dass man sowas sieht sollte jemand hier spanisch verstehen und ich schneide jetzt irgendwas an einer ganz besonderen stelle nimmt mir das nicht übel ich möchte da niemanden jetzt irgendwie angreifen oder sowas ich verstehe es halt einfach nur mal nicht vollkommen ich verstehe die spanisch nicht komplett und wenn ich jetzt hier einen schnitt macht an der stelle die wo christlich einfach völlig unmoralisch ist oder einfach völlig aus dem kontext aus überhaupt nicht zusammenpasst verzeiht mir aber ich verstehe die sprache nicht ganz und ich kann einfach nicht nach einer fremden sprache da jetzt schneiden oder vor allem ich jetzt noch hinsetzen und alles zu übersetzen wir haben ein bisschen was also ich wundert ein bisschen was auch rausgefunden über über die art wie die feiern oder wie auch immer du kannst ja was dazu sagen ja also ich kann das gestern diese aufführung die wir uns angesehen haben heißt passio per la trenza wird in alcala de sever wohl schon seit 2014 immer wieder am karfreitag aufgeführt und es erzählt im endeffekt die geschichte der leidenschaft kreuzigung des todes und der auferstehung jesu christi wie man es ja aus dem katholismus ja schon kennt das ganze wird am kirchplatz von der kirche san juan bautista gemacht in alcala de sever und es finde ich persönlich ein tolle will ich jetzt gar nicht sagen es war schön auf über das war direkt vor der kirche auf diesem auf diesem platz es war schön aufgebaut über mehrere der etappen also es waren ja wie gesagt bühne kann man nicht sagen es war wie eine art bühne es war aber im endeffekt es waren vier bühnen aufgebaut und dann noch der weg mit genutzt und so weiter es war auch also ich würde mal sagen dass das so ich für die gruppe schätze 80 prozent vom dorf anwesend war das war schön aufgestuhlt die sind da alle schön eingedrudelt haben sich da hingesetzt haben sich das angeschaut und es war auch richtig es war wirklich cool gemacht das muss man wirklich sagen es sehr cool gemacht mit den ganzen lichtern und so weiter auch alles war sehr sehr cool gemacht wir hatten wir haben nicht gewusst dass es so lange geht und b auch so viel aufwand und so weiter ist ich hatte ich hatte nie die 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 kamera dabei ich hatte die kennen dabei und hatte kein stativ nichts dabei als entschuldigt mir auch vor wackeler ich habe hier fast zwei stunden aus der hand raus das ding gefilmt gestern hätte ich gewusst dass das so lange geht und nicht wirklich mehr oder weniger grob feste feste perspektiven habe dann hätte ich ein stativeres was mitgenommen aber uns wurde anfangs wurde uns eher gesagt dass das ganze wie so ein umzug ist und da dachte ich okay dann war ich die kamera da bist du flexibel brauchst du kein stativ brauchst du nichts und so weiter kannst du dich müssen bewegen alles wunderbar war dem wohl doch nicht so aber gut wie gesagt wir blenden in ein paar schnippslein ich versuche die grübsten verwackele einfach nicht mit einzunehmen außer die sind genau in den wichtigsten momenten kurz was gibt es denn sonst noch die veranstaltung ist kostenlos genau kostenlos geht über zwei stunden war also wirklich ich fand auch die die lichteffekte und die musik die dazu war war super passend also es war das bisschen was wir von der kirche glaube ich schon früher einfach kennen die geschichte zum karfreitag ja das war ganz was anderes das war das war aufgebaut wie so ein bisschen wie so ein abenteuerfilm so 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 ein bisschen so die musik muss ab und zu so ein bisschen hatte ich so ein bisschen an indiana jones mäßig denken müssen sowas in der richtung also mit viel spannung auch aufgebaut schöne lichteffekte also ich denke da könnte sich vielleicht auch die die kirche hier in deutschland war was abschneiden und könnte das vielleicht hier gerade den den kids und der jugend damit so ein bisschen interessanter machen und so ein bisschen näher bringen weil das wirklich cool aufgebaut war wirklich cool gemacht und wir denken es lohnt sich das mal anzuschauen und wir hoffen wir verzeiht uns dass wir dieses mal daneben jetzt nicht den versprochenen teil zwei mit dem waldbrand machen sondern jetzt diese diese karfreitags aufführung von dem von dem spanischen osterfest hier und den teil zwei den versprochenen teil zwei mit dem waldbrand gibt es dann nächste woche am sonntag und darauf könnt ihr euch schon darauf freuen und der ist nämlich auch ganz cool geworden und ja in dem sinnen los evangelios apócrifos de maria magdalena a raíz de los estudios realizados por prestigiosos historiadores dando veracidad a los contenidos de estos libros el papa francisco en el año 2016 reconoció a maria magdalena como apóstol de apóstoles su igual y la primera mensajera de jesús resucitado es los ha lavado con perfumes y después me los ha secado con sus cabellos está mostrando un arrepentimiento sincero la vida que he llevado ha sido por necesidad para poder subsistir a los numerosos tropiezos que le ha deparado la vida por eso sus pecados sus numerosos pecados le quedan perdonados jude 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 Ich bin der Prediger. Ich liebe seine falsche Versuchungen. Ich bin zu sehen. Für das, was du schon wissen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros para el perdón de los pecados. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la Nueva Alianza, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020